was gutes tun blech sagt fiktig wo ist der kuh sagen die füge ordentlich aus das markt so wir haben das fertig und tue haben wir die nächste und nein die schweine haben feier umgelegt woher weißt du das ja weil ich gerade in den camps war in 13 dann ist es ja warum fragst du wo die leiche lag wenn er vorher angesagt hat er weiß ich zugehört habe ich habe das macht dich automatisch mit verdächtig mein freund also bei admin am eingang die ich blau der arme feier feier mein gottes namen warte mal warte mal warte mal was passiert jetzt wo ist das nicht euer ernst oder wo 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 die kamera ist nein eis die liegt nicht wo die kamera ist sondern liegt in im admin im eingang vom admin wo ganz knapp die kamera noch sehen kann victor stand unten in storage und hat anscheinend entweder gefakt hast oder ähnliches ich hab's nicht egal ja du bist auch dumm ja ich bin auch dumm und also ich bin mit victor in medbay gegangen bin dann zu security wo victor hingegangen habe ich keine ahnung ich bin von medbay zu admin laufen aber dann hättest du aber die leiche sehen müssen ich werde übrigens nicht so viel reden bleche lebt noch nicht da ich da wieder rausgevotet werde nein 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 du sagst du viel weg mit dir ich habe es gibt das ist so eine regel der marschleifung mein freund nummer erst so nicht wobei die ruf geteilt haben könnten in lichte wieder aus akku mit ziemlich abstechen hat wir sind kumpels habe ich gedacht du und ich super coole team habe ich schon voll gefreut auf diese dem post du mit dir und dann werden wir hier die ganze zeit keine imposter was ist da los wird verteilt geteilt haben sagt welche also die einstellung ändern die haben einfach pro forma gebotet welche wenn ihr video anguckt tut mir sorry aber für die anderen zwei runden davor die ersten zwei von mir mache ich quatsch zu viel bist du automatisch sass das war das war das russ russ Das ist der Reaktor. Ich war nicht mal in der Nähe der, ich war bei O2. Also ich bin Reaktor. Warte mal kurz, warte mal kurz. Kuro? Hast du bei dir sehen? Nicht, dass irgendjemand ihn gekillt hätte. Hast du die Leiche gesehen? Ja, habe ich. Ich nicht. Also entweder habt ihr... Die Leiche liegt oben vor Cam. Es kann sein, dass du kurz mit Impostor-Fishing raus bist. Ich bin ja auch gerade nur kurz zurückgelaufen, weil ich ja gerade eine weiße Leiche noch mit gesehen habe. Ja, aber... Also ich habe die nicht gesehen, das heißt meine View-Range hat nicht gereicht. Also entweder ist Mike Impostor... Der steht ja mit drin. Also Mike, er ist jetzt... Mike, Mike, halt! Ich bin halt nicht alle durchgegangen werden, bitte. Ich sag's jetzt schon, Eris oder Kuro, macht auf jeden auf ihr... Direkt auf ihr ein Auge, bitte! Ja! Die sind gerade... Die sind gerade mit mir in Security reingerannt. Sie haben direkt die Leiche vor mir gesehen. Das ist auch mit dem Post-Aview und auch Normal-View gesehen. Mike, ich möchte gleich kurz sagen... Bei mir war sie gerade... Also ich hab's ja nicht gesehen, Mike, und ich hab ein Video gemacht. Und das Video kannst du dir gerne... Ich hab ein Reaktor. Das Video kannst du dir morgen gerne angucken, Mike. Also warst du dein Nanny eigentlich da? Ja. Da waren drei Leute bei mir da drin. Ich hab jetzt den Namen nicht gemerkt. Ich skippe aber. Also ich quote dich nicht, Mike, ich skippe. Ich skippe auch. Ich hab keine Ahnung, Alter, ganz ehrlich. Gar kein Plan. Ich mach nichts zugehört. Die Schwein. Okay, jetzt... Konzentration. Die wollen mich echt raus haben. Habt ihr das gesehen? Das ist ja gar nicht. Ich bin so unglaubwürdig geworden. Weiß egal, wir spielen einfach unser Ding hier. Die müssen alle denken, wir sind übelst der krasse Dude, Alter. Pff, aber bin ich gar nicht. Erstmal nur ein 15-Spieler-Video. Und ich hab coolen Säure. Die wollen mich doch echt verarschen. Die wollen mich doch echt verarschen. Was? Wenn die Camps an sind. Auch Eis. Ich hab's gesehen. Wie du Ares abgestattet hast. Was ist das? Aber ganz bestimmt nicht. Die Lichter waren aus, aber du hast über Camps trotzdem noch die komplette View und du hast in Camps. Wo war denn überhaupt was? Vor Edmund. Du brauchst dich jetzt nicht auf dummstehen. Du hast gerade gekillt, während ich geguckt habe. Okay. In Edmund. Und da waren die Camps an. Schönen gingen. Okay. Also ihr denkt, ich bin dumm. Ja, ihr denkt, das stimmt. Warte, 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 warte. Kann mich ja nicht verteidigen. Wenn er jetzt direkt sowas sagt, dann kann ich mich ja nicht verteidigen. Warte doch kurz. Ja, okay. Hast du Kuro gerade in den Camps gesehen? Mein. Nein, ich mein Albert. Du hast ja keinen Säure. reichen die was vom satz security gewesen er kennt das gerade mit victor warst du wenigstens ich hab da die kabel gemacht alter man überhaupt kämpft deswegen war eben nicht an waren das heißt mike ist der andere waren jetzt kämpft an ms waren deswegen gerade an bis ich dann von kämpft übergelaufen mit um die leiche zu reporten natürlich waren sie dann jetzt eben gerade ich muss security über kapitalia dann zu hätten das natürlich ist dann da nicht die karte recht aber er trotzdem in camps gekillt was sagst du mal ich war schon zweimal hintereinander glaubst du das glaubst du es lieber zusammen hintereinander killer bruder ja ich war nicht gemütet hallo er muss sie bis wir uns verraten bläb 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 du bist so ein ohrs alter ey ne ich hab gar keinen plan ja victor mach irgendwas ja ja wer hat nicht gewartet so dumm ne ich bin so dumm alter also kuh ist ein richtig guter spieler jetzt mittlerweile drauf also ich vermute immer noch dass es äh nicht russian babe nicht pumpkin ist ich vermute auch nicht dass es victor ist oh jetzt sag ich ihm schuld leid wenn victor ist sondern ich vermute dass es mike ist mal sehen was er macht er ist zu lange an der task gewesen na mike wirst du nicht was du machen sollst hm der ist so nur runterhängt und jetzt holt er an sich russian babe victor ja du kämpfst nicht an mike ja victor ok victor jetzt fängt er um die tasse er ist das er spielt nicht schlecht also victor spielt es gerade gut er spielt richtig gut man muss ja höllisch aufpassen dass man hier nicht nebenbei das mikrofon aktiviert damit die anderen nicht spoilert werden der macht doch die türen extra mal zu das ist eigentlich echt well played die recht in der annahme blech waschen bier und pumpkin dass euch links aufgehalten hat noch mal dass ihr euch auf der linken seite aufgehalten habt ja genau bei mir ging nämlich gerade überall hinten die türen zu bei security und als lichter ausgegangen sind kam von mike und victor aus navigation raus gelaufen mike zuerst ein bisschen nach oben victor direkt nach unten damit zurück sodass jetzt dann beide damit nach unten gelaufen und vorhin irgendwann kam dann victor dann mal einmal wieder mal hoch gelaufen und die leiche liegt zwischen shields und communication ich habe angst vor dir ich wollte ausweichen hier oben richtung mit bay war ja auch mal zum kurz mal bei admin und so weiter aber eigentlich ein dichter für in range von daher mein vortrag wird auch victor fallen bei ihr beiden euch in der deckt wirklich gerade die ganze decken könnt und der käme muss vorhin gefallen sein als leicht aus war aus waren das sind nur zwei leute aus navigation auf unten in geraden die auf der seite respekt ich verstehe ja zu von der kapitalia rechte seite was ist das weg und da war das zu und dann habe ich gewartet ich glaube victor und er war das ich glaube ich anders ihr seid anderser ach mei war das ihr seid von unten da gelaufen also von so von so um da hoch zu kommen ich habe gewartet bis die tür auf geht und bin dann entgegen gekommen und das habe ich mal gesehen dann muss halt wieder von unten da durch storage also weiter und hab dann und dann bin ich hier kuchen wo ist wirklich extrem stark was das direkt auf geht war mike noch am leben als sie bei electrical ward und dann haben wir mal kam er da nicht mehr gesehen muss ja auch dahin getötet worden sein und da sind von mir von meiner seite aus nur zwei leute da lang ich habe auch victor gepickt ja okay jetzt noch hast du sehr gut aufgedeckt da hast du sehr gut aufgedeckt ich bin aber echt ein du lieber letztes mal geht nicht was kapi sagt du hast du hast du hast ja auch noch ich meinte er hat sehr gut gearbeitet sehr gute detektivarbeit aber egal was ich heute mache mir glaubt nicht sowieso keiner also von daher ist gut jemand das machen ja kann man aber wir sind gerade voll jetzt ein bisschen schreibt ein bisschen was im chat sehr ein bisschen aktiv da kannst du auf jeden Fall mitmachen das lustige ist ja noch gewesen hätten sie es vorhin durchgezogen hätte weiß ich einfach verteidigt dann wäre das was auf mich gefallen wegen dem eigentlichen security behauptet wurde dass das ja beide ja nicht gesehen haben könnten und die karte tatsache mike verdächtigt ihr habt nachdem er ihn so geprüft hat weißt du durch die ich war mit mike schon öfter schon mit zusammen hätte ich halt nicht verdächtig außerdem wie gesagt es stand ja in security ja richtig damit drin aber hat mike nicht hat mike nicht eben grad auf dich geschossen gehabt als er meinte von wegen die camps waren gar nicht an auf uns beide habe ich das gemacht auf uns beide weil er meinte das also du hast es ja nicht gesehen war aber direkt davor stell du dich mal ganz rechts mal mit an die kiste wir gucken das mal ganz kurz dann kann ich euch das mal ein bisschen mal mit zeigen also beispielsweise jetzt hier wenn ich jetzt hier stehe dann sehe ich nur noch das g und das e schon fast verblassen von ich sehe dich fast so gut wie gar nicht ja deswegen also das ist halt so die ihr wischen was sei die kumel damit haben wenn er euch beispielsweise unten mal mit hinstellt da wo jetzt hier irgendwas mit dazwischen ist da seht ihr ihn gar nicht mehr so und das ist auch dann teilweise bei camps und dabei sagen war hier lag jetzt die leiche und hier geht so der gang mit hoch ich bin rechts an der wand nur mit lang gelaufen und habe gerade so aus dem augenwinkel weil hier schon die wand ja mit ist habe ich gerade mal so gesehen beim hochlaufen dass sie eine leiche damit liegt so wenn dann da jetzt mit einkommen und dann da in der tür damit steht dann sieht er die halt und alles war halt auf dem punkt das halt hier hinten dann zirka dann damit stand und die vielleicht gerade noch mal so hätte sehen können aber für ihn sieht es natürlich so aus ob da keine gleiche liegen ja wenn ich beispielsweise hier stehe und die dann schon ein bisschen besser sehe ich dachte wir hatten den ersten kill gemacht ich war ich zu dumm war glaube ich hast du in admin glaubt das war der wo kurum nicht gesehen hat ich habe also auf dem admin gekillt ja ja die victor ist nicht da ich bin noch hat das schon am essen da war ich noch nicht schon los die ausgesucht vorwiegend ja ja ich hatte wortze jetzt kann man hier nicht so ein raid check machen wie ein boi alter wieder komme ich habe so viel geil genau wo ihn oder ja auf einer navigation shields und ihr so jungs alles klar bei euch lasst doch mal ein paar schöne kommentare da damit der algorithmus sagt alter among us and do das ist gar nicht so schlecht und demnächst kommen die extra rolls das werde ich auch richtig gut das wird richtig richtig nice denn dann haben die crewmates auch noch mehr möglichkeiten zu interagieren untereinander gerade mit den ingenieur mit den vents und co das ist halt echt mega gut wirklich mega gut das macht auch extrem spaß so wir laufen nach elektric da ist frosty wieder oh mal an wo denn ich hab das nicht so eine gemacht vielleicht ja keine ahnung autogittern und auf einmal da liegt er direkt auf dem gang in eine leiche ich habe sie nicht gerade gesehen beim reinlaufen bei auto weil gerade auto anging und ich war gerade so richtung kafeterie und lauf dann da mit bleche dann da gerade noch mal mit lang und auf einmal liegt dann da vor auto dann da eine leiche auch im gang unter weppens unterwecken ist dann da dieser zwischen da lag dann der kann das eigentlich glaube ich gar nicht gewesen sein weil ich mit dem mich oben bei kafeteria dann da kurz vor weppen das mit gekostet habe weil ich da oben kurz dann da noch mal was gemacht hatte und dann sind wir dann da direkt zur auto als dann der alarm mit los ging also er könnte es eigentlich nicht gewesen sein coo ja welche farbe liegt denn da ich habe gerade blau reportet richtig weiß einer wo fire liegt ne hab ich nicht gesehen ich war jetzt storage und da wollte ich also ich muss erstmal den müll rausschmeißen kafeteria und storage dann habe ich in o2 die halt 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 du bist doch gerade an mir vorbeigelaufen als ich den benzinkernis davor gemacht habe du bist immer den habe ich auch voll gemacht den habe ich voll gemacht und jetzt muss ich erstmal aber nicht als ich dran stand du bist an mir vorbeigelaufen direkt zur communication Richtung shields weiter ne ich habe genau gesehen wie du in die communication in den in den flur reinlaufen bist ab da habe ich meine vision range verloren nein ich bin von von shield also ich bin über o2 über shields zu storage also ich bin von eis ist unten an mir vorbeigelaufen ich habe den benzinkanister voll gemacht er ist unten von electrical oder von lower engine gekommen und hat das ist alles so groß raus es ist alles es ist so er hat den gar nicht voll gemacht es ist Marek also ich sag euch eins er ist straight unten in storage an mir vorbeigelaufen und hat auf keinen fall Also wenn, dann muss er den Benzinkanister vor mir gemacht haben. Ansonsten ist der eiskalt an mir vorbeigelaufen. Na und ich muss Elektrik noch mal haben. Da habe ich jetzt einfach wirklich gedacht, ja, ist so eine Scheiße. Leute. Nein, der war nicht. Nein, der war nicht. Okay. Aber du bist wirklich, also du kannst es ja vorher sehen, du bist wirklich einfach an mir vorbeigelaufen. Hier einfach so, da durch. Das ging gar nicht, Anna. Da muss ich was, ich konnte deiner Aussage kein Glauben schenken. Frosty, sorry. Big, big sorry, my friend. Da, 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 da. Blechi. Wir probieren einfach ganz schnell die Tarsus zu machen. In der Hoffnung, dass wir das packen. Wir haben noch beide Impostor im Spiel. Schlimm ist gerade vorbeigekommen. Oh, nee. Ich sterbe jetzt, oder? Ich habe nicht auf die Passion. Also, wenn ihr jetzt noch einen Kill machen oder wir im falschen Boot machen, haben die Impostors gewonnen. Ich tippe jetzt irgendwie eher auf dich, weil du direkt auf mich schießt. Ich war mit Aris auf der linken Seite. Äh, wo war ich denn? Wo war die Leiche? Ne, warte mal, wo war ich denn Slim? Warte mal, wo war die Leiche? Moment, wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Wo? Okay, und wo war ich Slim? Ich stand jetzt gerade am Reaktor und davor kam es bis zu Lower Engine. Gut, okay, alles klar, Merik. Ich bin von der Upper Engine. Merik. Ich bin von der... Ich habe Merik geworfen. Es ist dieser Schlimmblech hier, aber lass mich wir jetzt mal verteidigen. Upper Engine bin ich runtergegangen zum Reaktor und habe gerade die Task gemacht, wo du diese ollen Button drücken musst. Dieses düp, 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 düp. Und ich habe die letzte gerade verkackt, habe mich gerade extrem geärgert. Und dann habt ihr reportet. Das heißt, wenn Mike jetzt gerade unten sagt, Electrical, hast du die Möglichkeit, von Electrical hochzuwenden zur Security? Du kannst dir natürlich bei mir ein Alibi verschaffen, aber ich habe dich gar nicht gesehen, Slim, weil ich habe halt die Task auf mir gehabt. Das heißt, du hättest sonst was erzählen können. Wo standest du denn am... Das Ding ist aber auch, wie lange bist denn du schon an Simon Says gerade? Wahrscheinlich dann jetzt ein bisschen länger, weil du es ja gerade meintest, dass das verkackt ist. Aber schon ewig. Deswegen gerade wird hier zwei Security da mit drin und ich hätte definitiv eigentlich irgendwas sehen dürfen. Müssen, dürfen, wie auch immer. Weil ich da gerade dann da diesen Regler dann damit nach oben schieben durfte. Also ich bin da ewig schon im Reaktor. Also bestimmt 40 Sekunden. Dann, ja, dann... Also du hast ein bisschen Vision draußen auf dem Flur. Aber ich stand halt jetzt sehen, gerade dann da draußen bei Security mit, äh, bei den Kabeln. Wollte jetzt gerade rein, um da diesen Regler noch mit hochzuschieben. Äh. Hochzuschieben. Dann habe ich Kuro gerade nur gesehen, also ich tippe auf Mike. Also ich müsste jetzt erst mal auf Mike schießen, weil ich euch vertraue. Aber ich bin safe nicht. Ich habe mich heute tippen, Mike oder mehr. Ich habe so geschwitzt, dass du mich da... Ey, Blechi, läuft das nicht so mit uns oder was? Hast du auf die fucking... Hast du auf den Handy geschaut am Anfang? Ich wollte zuerst Mike tippen, aber danach doch dich... Ja, aber... Aber warte, Blechi, hast du am Anfang auf den Handy geschaut? Oder sowas? Weil du bist... Auf Chat kann sein, ja. ... zur Leiche gerannt. Und ich habe was mit draußen reden, du hättest mich hundertprozentig sass haben dürfen. Ja, tut mir leid, ich bin doch nicht mehr am Stream, Alter. Holy shit. Aber es ist nicht schlimm, ey, Kuro. Kuro, Kuro, solange wie Blechi hört immer auf mich geht, habt ihr auf jeden Fall safe einen Sieg, Alter. Gar kein Problem. Merik, tut mir echt leid, Bro. Gar kein Problem. Ich bin doch nicht mehr am Stream, Alter. Ach, und Frosty. Ja, Digga, aber... Frosty, tut mir echt leid. Ich habe ein Video gemacht, ich lade dir morgen oder übermorgen hoch und dann kannst du jetzt mal angucken, Frosty. Also, ich habe die Entschuldigung, da kommen ein paar zwölf, dreizehnjährige rein. Ich habe den Quark. Euch zuliebe werde ich mich auf jeden Fall anpassen. Also, ich werde jetzt passend meine Karosserie, äh, meine Outfit ändern. Wenn ja hier der Quotenbaustelltypen, der hier an und rausgebotet wird von Blechi. Also, ich habe mich jetzt einfach mal angepasst. Wie, Merik, Bruder, ich schwöre, Merik, wenn ich vorbeikomme, ich grüße deinen Arschloch, Bruder. Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Oh, danke, Kuro. Das bedeutet mir jetzt sehr viel. Du dreckiger Imposter. Auch Dampenspiegelung, Dampenspiegelung ist auch möglich, ne? Let's go. Viel Spaß. Ich auch. Alter, nee. Lol. Nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, stopp. Ich rede. Ich rede. Hat er den Cooldown runtergesetzt? Ich rede, nein. Nein. Der war doof, alter. Das war in Navigation-Room. Wo ist Navigation? Also, ich hab... Ah, scheiß nicht. Also, ich vermute Pumpkin auch. Weil er hat keine Tasks gemacht, wo er bei mir war. Also, einfach mal. Also, ich denke, es ist Mike. Halt die Klappe, Victor. Ich habe in der letzten Runde schon angefangen, meine Klappe zu halten. Wisst ihr was? Ich sag ihr, ja, versteht ihr? Ich bin immer der Quotendote hier. Immer der, alter. Ja, wenn er zu fiel ist, schimpft. Wenn er zu fiel ist, dann ist er erst mal aufwitzig rumzuflame. Wo wart ihr denn überall? Ich war mit Slim. Ich glaub, Slim hat mit mir in Admin, wer hat mit mir geswiped? Die Karte? Äh, ich muss dazu sagen, ich hab gesquiped und du bist danach mir hinterhergelaufen wie so ein Dackel. Nein. Ich... Nein, ich muss nach Storage jetzt... Ich weiß nicht, was es ist. Ja, der lügt ja auch schon wieder wie gedruckt, Alter. Der lügt halt. Ja, okay, ich bin's, ich wollte mich selbst... Nee, hört auf, noch nicht in der ersten Runde. Macht nicht so einen Scheiß. Aber habt ein Auge auf ihn, also gut. Aber versorgt nicht immer die Runde für die Aufnahme auf der Blechi. Das brauchen wir nicht. Also, ich brauche da keine Aufnahme für. Ich mache einen Livestream. Ach, schön. Ist ja toll. Ja, ich muss jetzt bei Storage nämlich ganz oben die Tasks machen. Und ich bin erstmal ganz kurz rumgelaufen. Am Anfang, wie immer. Ja, jetzt ein paar Sekunden könnte er mich vergessen. Ja, werde ich einfach in Lust. Mit wem war er unterwegs? Mit dir, Slim, ne? Ja. Nö. Ja, Slim hat die Task vor mir gemacht, die ich jetzt machen muss. Also, ja. Ist immer los, Frost. Ja, das ist immer los. Okay. Arlam! Ja, die Aussage hatte ich nochmal betätigt. Ich bin komplett lustiger. Ich habe einfach die Aufgabe gemacht. Okay, darf ich erst mal sagen, wo die Leiche liegt? Ja. Die Leiche... Die Leiche liegt bei Schiltz und zwar direkt neben dem Wind. Ich bin eben gerade hochgehangen zu Navigation, habe eine Task gemacht am Pult und bin Richtung Go2 und Weapons und habe da zwei Spieler gekreuzt. Du bist mit Russian Bee dort geblieben, du bist mit Russian Bee gewesen hinter der Tür, da habe ich Russian Bee gesehen am Namen. Ja, ja. Dann sind noch irgendwelche anderen zwei hinter mir hergelaufen und dann bist du mit Russian Bee nach rechts gelaufen. Und deswegen bin ich mir zu 90% sicher, dass du es bist, weil es war niemand hinter uns. Doch, da war eine ganze Menge, die hast du bloß nicht gesehen. Es waren zwei hinter mir und das war's. Und das kann nicht sein, also entweder lügst du und du hast den Poster-Range, dass du das weißt, weil Fakt ist, als wir durch die Schleuse unten durchgegangen sind, ist Russian Babe zu Communications, hat da eine Task gemacht. Ich bin weiter zu Shields, habe in Shields unten links die Task gemacht, die sie übrigens danach auch gemacht hat und bin hoch zur Navigation. Und oben kann mich covern... Wer war denn da eigentlich da gewesen? Victor? Ich und Victor. Ja, ja. Also es kann zeitlich nicht hinhauen, Frosty. Und du quatschst die ganze Zeit schon mehr so verdächtig und dieses böse Zeug. Du machst dich immer mehr, immer mehr zastbar. Ja, okay. Ja, ich habe trotzdem dicht geworden, weil ich der Meinung bin, das Self-Report... Haltet auch mal Victor im Auge. Ich würde, ich... Also... Naja, aber das ist jetzt halt wie gesagt, also da waren jetzt halt wieder zwei Leute oben, wenn ihr halt vorweggelaufen seid. Und der läuft nach oben und hat dann wieder zwei Leute. Also das ist ja schon eigentlich dann dafür, dass das... Dass das halt irgendjemand anderes weit gemacht haben muss, weil es muss safe da jemand dann langgelaufen sein. Wer war denn am Adman-Pult? War ihr denn an Adman-Pult oder Camps? Nee, also ich wollte jetzt Richtung Camps, weil ich muss äh... Ich habe jetzt aufgefüllt Benzin in die Kanister und da muss ich jetzt äh... Upper und Lower Engine... Und vorher habe ich in Electrical die ganz rechte Task oben gemacht. Die wollte ich machen und ich habe erst mal fünfmal verkackt beim ersten. Äh, ich war halt vor in Night-Eimer mal in Camps und dann habe ich nur gesehen, dass ganz, ganz viele Leute halt rechts dann damit sind. Dann bin ich halt unten über den Gang von Electrical, habe dann da Eisfrost und Pumpkin gekrosst und stehe jetzt in Adman bei Blechi mit. Wo war Blechi eigentlich? Ja, ganz ruhig. Ah, da ist gemütlich. Hallo, was? Was? Wo warst du? Schnell. Im Stream. Ah, im Stream, okay. Ja, ich hab's jetzt mal gerafft, dass ihr... Okay. Ich hab's jetzt mal gerafft, dass ihr... Okay. ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und er hat in der Vorrunde nichts gecrollt. Wait, 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 was? Wo warst du in der Vorrunde, als wir den Kill davor hatten? Davor hatten? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, weil ich noch nebenbei mit dem Chat aktiv bin. Gut, ich war gerade Lower Engine. Ich bin da runtergekommen und wollte gerade so ein Trick. Warte mal ganz kurz, wir haben fünf Leute tot. Normalerweise mit dem Kill sollten noch jetzt nur vier sein, wenn wir vorhin Reisforce jetzt gewartet haben. Das heißt, irgendwo müsste jetzt noch eine Leiche sein. Hmm. Und das Ding war jetzt eben gerade, also Aris und ich, wir beide sind halt zusammen halt bloßgelaufen. Und wir sind jetzt halt schon kurz vor... Ich wollte, Victor, wir müssen einen behalten. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, Victor. Ja, moin, ey, Jungs, ey, was macht ihr los? Ja, ja, Kuro. Es ist Kuro. Nicht nur alleine. Ja, okay, geh. Okay, geh, Alter. Und ich habe so darauf gepocht, Kuro. Ich habe so darauf gepocht. Wir sehen auch, was ist Kuro, Alter. Jungs, Jungs, was habe ich euch gesagt? Ich habe vorhin spaßeshalber nur gesagt, Kuro, der ist das. Nee, der ist das. Aber ey, ich habe gesehen, dass Kuro Licht ausgemacht hat, wollte nämlich gerade schlachten gehen. Und dann wollte ich eigentlich den Knopf drücken, aber schlachten, ey. Kuro, ich habe gedacht, du bleibst unten stehen, damit wir direkt den Double Kill machen. Du hast noch Kulone, ne?